ich glaube wir haben sonst kein mädchen auf geht's viele spaße und wird nicht vergessen drei imposter jetzt drei uhr netz im jahr jetzt millionen eine rolle die ich nicht verstehe und wo noch bin ich es ist okay kurs heißt das jetzt muss jemanden okay verstehe und gleich dann fern gestört so jetzt habe ich hier noch so ich will nicht wollen lassen lassen ich werde es durchziehen in der nähe von jemand ist sehe ich das hier das ist wo du mäßig jetzt stehe ich still jetzt kann ich mich nicht bewegen auch gut okay das geht ja gut los ah ja das ist natürlich ein ja okay interessant gut dann bin ich mir aber bin ich mir das bin ich mir dann sicher dass es toram und alex nicht sind und ja wer ist noch vor der aufgabe ich bin gerade oben labor labor das okay jetzt ist ein labor ich will schon zehnmal möchte es wissen die gleiche ist unten im boiler room und deswegen wundert es mich warum platz die leiche nicht reportet hat weil ich weil ich in der tat war und das wasserrad gedreht hat es ist völlig egal weil die lag genau unten drunter also der siehst du nicht der kader noch drin sein müssen das siehst du nicht wenn die task an ist ich sehe nicht wer reinläuft ich sehe nicht wer umfällt ich sehe nicht wer neben mir steht ich sehe du hast ich weiß er stand da die frage war er denn noch in der tast oder ist er rausgelaufen als du reingelaufen ist nein er lebte da noch als ich reingelaufen bin das ist der punkt es kann sein mit der vorher drin gewesen sein es kann sein nein es kann sein den setzern warlock warlock gemacht habe aber wir sind uns glaube ich einig dass da ein lover kill bei ist oder die frage ist liegt da nur eine leiche film ja ja das haben wir jetzt war der einzige der drin stand als ich ran bin an die tage und die tage gemacht hat er stand da noch drin gesehen der sich nicht bewegt hat für einen geringen zeitraum war der einzige den ich noch mit in o2 gesehen hat es gab es vorher ins bessie aufgaben gemacht haben vor allem aber an der wahl der lang nicht bewegt als die tür auf wir machen jetzt wenn du ender um ich bin für skipper und das ist ich weiß nicht was für eine runde können wir noch skippen aber wir sind jetzt so drei sehr komisch aus was okay wir haben einen aber uns auf mich interessant waren dann wohl die drei der imposter das ist es nicht ohne so war glaube ich jetzt bin in 30 sekunden jemanden kürzen man nicht ausmachen hier Ich hoffe ich werde nicht gekillt, ist ja dumm, so finde ich wen zum Kursen, na, jetzt muss es auch rein gehen, ich habe noch keine Jokes, die andere Pasta wird auch nicht ewig aushalten. Mist, wurde vorbei. Nix, ja, das war nicht ganz verkehrt, ja. Was jetzt passiert? Ist keiner tot. Nichts ist passiert. Okay, keiner tot. Genau, damit die Kills resettet werden, damit wir nicht plötzlich alle instant tot sind, fand ich jetzt nicht verkehrt. Aber hat Alex was gesehen? Oder Alex hat was? Ne, okay. Bin schon wiederum im Lab. Ein Dreierkill und das wäre es gewesen, deswegen. Ja, ja, ja. Das ist schon bitter irgendwie. Oberbay hat schon geschrieben, was auf all für ganz cool ist, sind zwei Imposter und dann 100% Jackal, weil dann hast du zwar auch drei Killer, aber dann hast du auch die Option, dass sich die Killer gegenseitig killen. Ja. Das ist wahrscheinlich bei zwölf Mann noch die bessere Variante. Finde ich gut. Finde ich auch eine gute Idee. Ja. Die Sasa geht ins Bettchen. Sauerei. Verstehen die ganz. Jetzt zu einem Zeitpunkt um zu sagen, ach scheiß auf Schlaf, komm ich spiele noch eine Runde. Ja, echt mal. Joa. Passt schon. Sasa, ich wünsche dir der wundervolle Nachschlaf geträumt, was schönes Dinges Herzchen an dich und habt einen wundervollen Start in die nächste Runde. Das wird überbewertet. Arsch. Oh, ja. So, jetzt kurz. Das haben wir ein bisschen in Liss. Mach hier mal die Flaschen. Mach mal eine Beine Tücke aus. Cool down. Das hätten. Tja. Tja. Liss. Tja. Du bist der eine Quelle rund. so abstand gewinnen und dann das gewinnen abhauen nicht in ihrer nähe sein und wo den ständen wo ich mich hinstellen können ein paar minuten stehen kann kommen kommen die nähe von jemanden nicht in meiner nähe dass du nicht war das war das war ziemlich knapp irgendwann wird es ein bisschen zass aber okay da kann ich ewig herum stehen ja der erste imposter ist zwergi der zweite ich jetzt nicht was wieso der zweiten blauer fall ist noch stand die ganze zeit an die ganze zeit am admin panel ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht wieso ist das ist diese stand die ganze zeit am admin bin und ist egal kann jetzt behaupten was er das problem ist er ist nicht der blaue und das nächste das kann jetzt behaupten ja stand die ganze zeit am verdammten admin panel wie ist wie ich bin es nicht das ist schon warum wie er hat mit na dankeschön die rolle sollten wir verbieten hier die rolle ist doch mies ob der mich einfach aufdecken kann was ist denn das was ist denn das für eine rolle dienst es ist doch ich es doch jetzt hat er mich auf alles die rolle gefällt mir aber nicht ich merke das nicht danke dass du mich nicht gesehen sehe ich die rolle ist ja doch das habe ich auch nicht aber es war klar nachdem nur die ganze dom an du kannst nicht mehr viel machen ja das ist ja ich habe nicht ich habe nämlich bei andy extra rumgetanzt dass er der zweite ist kurze frage toram ja du bist du gerade hergekommen ich bin gerade aus lips gekommen du bist aus upper decon rausgekommen ich habe ja letztes was gemacht welche okay falls wenn die runde weitergeht haben wir vielleicht noch einen jackal ja oder noch einen imposter weil wir haben drei im posten ich habe keinen blauen fall mehr gesehen andy ist der letzte gewesen ja gut dann gibt es noch noch keine dann ist vielleicht ein imposter unter den ersten drei gewesen mein lover entweder lover oder dass wir den jackal drin haben weil wir haben ja 30 prozent ich mag die nicht die rolle ich mag sie nicht als ob die als ob der als ob der snitch als ob der snitch dann das ultimative waffe gegen die imposter hat und beide imposter sofort aufdecken kann was ist das für eine rolle das ist doch das das ist doch scheiße als imposter wenn du dann eine aufgedeckte wurst ganz kurz jeanne und ich das ist doch kacke ich war ein imposter lover ich hatte ja gar keine chance mehr weil ich nämlich julia gelesen habe ich hatte ja gar keine chance mehr aber der lover wird doch pink angezeigt für dich aber trotzdem gute aber ich habe da nicht dran ge... ich habe es nicht geschnallt ich habe sie gesehen ich habe sie gesehen er war gut ich habe sie gesehen ich habe sie gesehen und dann bist du da weg fragest du bei mir bis die die du deine dich dich sicher dich Vielen Dank.